Dies ist die Halle 70 der Auto GmbH. Sie besteht unter anderem aus den Gruppen A, B und dem Fließband. Das ist Jan. Er ist Mitglied der Gruppe A und ist mit einigen anderen Mitarbeitern zuständig für das Fertigen der Motoren. Dabei sind allein er und sein Team für die Steuerung und Organisation der Produktion zuständig, wozu auch die selbstständige Qualitätskontrolle gehört. In Gruppe B wird zur gleichen Zeit die Tür für das Endprodukt produziert und auf dem Fließband mit den anderen Komponenten zusammengefügt, sodass am Ende ein fertig fahrendes Auto entsteht. Durch den Einsatz in mehreren wechselnden Funktionen erhöht sich vor allem die Motivation der einzelnen Arbeitskräfte und durch die Stärkung der Selbstverantwortung kommt es besonders bei dieser Art der Fertigung zu hoher Qualitätssteigerung.